Ich freue mich, dass er da ist. Er ist auf Instagram, auf TikTok und Co. schon ein Gigant. Und das Gleiche steht ihm auch mit der Musik bevor, da bin ich ganz, ganz sicher. Ich freue mich, dass er heute Abend hier bei uns erstmals so richtig zeigt, was er auf dem Kasten hat. Signore, Signore, ich freue mich auf Alexander Eder. Ich habe dich gesehen und meine Welt stammt Kopf. Gehen wir was trinken, habe auf dein Jahr gehofft. Stunden später bin ich neben dir aufgewacht auf Wolke sieben und ich frage mich, ob es dasselbe mit dir macht. Auch wenn wir zwei von anderen Welten sind, was muss ich tun, um dein Herz zu gewinnen? Auch wenn uns grad sieben Stunden trennt, ich würd tausend Kilometer auf Weg nehmen. Durch die Deepsea würd ich tauchen und den höchsten Berger-Clip. Würden Marathon laufen, um heute Nacht in deinen Arm zu pennen. In deinen Arm zu pennen. Durch die Deepsea würd ich tauchen und den höchsten Berger-Clip. Würden Marathon laufen, um heute Nacht in deinen Arm zu pennen. Sehen wir uns wieder, hab ich mich gefacht. Ich bin ein Typ für mehr als nur eine Nacht. Gedanken kreisen und ich warte auf, dass du schreibst. Gib mir ein Zeichen, neun Wort und ich steig in mein Auto ein. Ich mein es ernst, ich tu alles dafür. Wird jeden Widerstand betrinken, komm ich zeig es dir. Auch wenn du uns grad sieben Stunden trennt, ich würd tausend Kilometer auf Weg nehmen. Durch die Deepsea würd ich tauchen und den höchsten Berger-Clip. Würden Marathon laufen, um heute Nacht in deinen Arm zu pennen. Durch die Deepsea würd ich tauchen und den höchsten Berger-Clip. Würden Marathon laufen, um heute Nacht in deinen Arm zu pennen. Durch die Deepsea würd ich tauchen und den höchsten Berger-Clip. Würden Marathon laufen, um heute Nacht in deinen Arm zu pennen. Alexander Eder! Junge, ich feier dich. Danke dir. So schön. Und geschafft, oder? Gutes Gefühl? Ja, ist ein unglaubliches Gefühl. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Und danke an das unglaubliche Publikum. Ihr seid der Wahnsinn. Alexander, du warst die letzten Tage ja schon viel für uns unterwegs. Auf der Backstage-Seite der Giovanni Zarella-Show, auf Instagram. Aber ich hab dir deine Aufregung wirklich sehr angespürt und angemerkt. Und ich muss sagen, es ist schön, wenn Menschen sich so sehr auf die Bühne freuen. Fällt dir jetzt ein bisschen ab, die Anspannung? Oder ist es immer noch... Ja, es ist ein sehr, sehr gutes Gefühl, jetzt endlich hier stehen zu können. Und ich hab mich so gefreut, wirklich. Es ist eine Riesenhehre. Danke dir. Ich hab's dir ja gesagt, Alexander, du bist auf Social Media schon ein Riese. Und ja, ein guter Mann. Und ich weiß, dass dir das Gleiche auch mit der Musik noch bevorsteht. Dein Erfolg auf Social Media, vor allem auf TikTok, war ja durch Videos, bei denen du ja irgendwie erklärt hast, dass das gesungene Wort besser als das gesprochene ist. Also singen hilft mehr als quatschen. Ist das richtig? Das stimmt. Singen hilft immer mehr als quatschen. Musik spricht mehr als tausend Worte, oder? Würdest du mir mal ein Beispiel bringen? Sehr, sehr gerne. Bitte, wenn ich dich schon mal hier hab, könnten wir... Ja genau, perfekt. Die Gitarre. Oh, super. Ich hätte gern einmal ein Beispiel, und zwar natürlich am liebsten mit einem Song aus Österreich. Wo du mir einmal so ein Beispiel für diese Videos machst, die wirklich millionenfach geklickt werden. Das ist ja unglaublich. Ja, also normalerweise würde dann hier die Kamera so stehen. Und ja, was Österreichisches. Ich würde dann einfach so ganz kurz in die Kamera sagen, so in Österreich, da sagen wir nicht, du, wir kennen uns doch von irgendwo her. Wir sagen viel lieber... Du entschuldige, ich kenn dich, bist du rette, kleine, die ich hab' ich's pur gern gehabt hab. Die mit 13 schon gut geträgt, mehr als was erlaubt war. Und die enge Jeans an gehabt hab. Ich hab nicht lang geschlafen, nur wenn du ein schön hoch haben wir in die Antike gerost. Komm, wir streichen 15 Jahre, und jetzt soll es noch, als ob dazwischen einfach nix war. In Deutschland, in Deutschland sagen wir nicht, ich bin mir nicht ganz sicher, in Deutschland sagen wir, verdammt, ich lieb' dich, ich lieb' dich nicht. Verdammt, ich brauch' dich, ich brauch' dich nicht. Verdammt, ich will dich, ich will dich nicht. Ich will dich nicht verlieren. Und alle waren wir mit uns mal kurz. Verdammt, ich lieb' dich, ich lieb' dich nicht. Verdammt, ich brauch' dich, ich brauch' dich nicht. Verdammt, ich will dich, ich will dich nicht. Ich will dich nicht verlieren. Alexander Eder, Chris Papendink und Band. Noch mal, noch mal, noch mal, noch einmal, noch einmal, noch einmal, noch einmal, noch einmal, noch mal. Verdammt, ich lieb' dich, ich lieb' dich nicht. Verdammt, ich brauch' dich, ich brauch' dich nicht. Verdammt, ich lieb' dich, ich lieb' dich nicht. Ich lieb' dich nicht verlieren. Yeah! Alexander, tausend Dank. Jeder zeigt meinen Gast, du weißt Bescheid. Ich danke dir von Herz. Vielen lieben Dank, Alexander Eder, ragazzi.